Welche Schweizer Bank ist zu empfehlen? Die falsche Wahl einer Bank im falschen Land, in der falschen Steuerhase, kann zu einem Totalverlust des Vermögens führen. Eine Wildwestbank kann ihr Vermögen vernichten. Klienten fragen mich immer wieder, welche Schweizer Bank ist zu empfehlen? Wie kann ich die Sicherheit einer Schweizer Bank beurteilen? Wie kann ich wissen, ob meine Bank sicher ist? In diesem Video zeige ich Ihnen, welche Kennzahlen Sie brauchen, um die Sicherheit einer Bank abzuschätzen. Bleiben Sie dran! Mein Name ist Enzo Caputo. Ich bin Anwalt für internationale Privatkundschaft. In allen Fragen betreffen Private Banking und Steuersparen. Inhaber der Boutique Anwaltskonslei Caputo & Partners und Gründer von SwissBankingLawyers.com. Das ist eine Fundgrube, wo erfolgreiche internationale Geschäftsleute Tipps und Lösungen finden, um Ihr Vermögen besser zu schützen und weniger Steuern zu zahlen. Es gibt viele wichtige Entscheidungen im Leben, die Sie treffen müssen. Sie müssen entscheiden, wo Sie arbeiten, wen Sie heiraten, wo Sie leben wollen, wie viel Geld Sie ausgeben und so weiter. Ein wichtiger Entscheid für Sie ist auch, welches Land bietet maximalen Vermögensschutz und welche ist die sicherste Bank für Sie. Um das Vermögen zu schützen, müssen Sie Ihr Geld ins Ausland bringen. Und zwar in ein sicheres Land. Am besten in die Schweiz. Ihre Landesregierung soll keinen Einfluss auf Ihr Vermögen ausüben. Die Welt ist unsicherer geworden. Je unsicherer die Welt, desto mehr Geld kommt in die Schweiz. Die internationale Business-Elite fragt sich heute nicht mehr, ist mein Geld im Ausland sicher, sondern ist mein Geld zu Hause noch sicher? Ich gebe Ihnen ein paar Fakten und Zahlen. Aktuell verwalten Schweizer Banken die Rekordsumme von ca. 7300 Milliarden Schweizer Franken. Das sind 20% mehr als der Rekord kurz vor der Finanzkrise im Jahr 2008. In der Schweiz sind zurzeit 292 Banken zugelassen. 105. Banken von 292 Banken bieten Private Banking an. Schweizer Banken verwalten 30% aller globalen Vermögen in privater Hand. Es gibt keinen Zweifel, die Schweiz ist Nummer 1 für Asset Protection im Vergleich mit allen Finanzplätzen der Welt. Die durchschnittliche Lebensdauer für ein Schweizer Bankkonto ist 17 Jahre. Eine Ehe dauert im Durchschnitt deutlich weniger als 17 Jahre. Studien zeigen, dass die Schweiz die zuverlässigste und beste Rechtsordnung ist, um Vermögen zu schützen. Das Bankgeheimnis und die strengsten Datenschutzgesetze der Welt schützen nicht mehr Steuerbetrüger, aber das Vermögen der Business-Elite aus der ganzen Welt. Wenn Sie ein Konto eröffnen bei einer Bank in der Europäischen Union, unterliegt Ihr Konto bereits ab 2017 der Berlin-Gesetzgebung. Das bedeutet, dass Ihre EU-Regierung Ihr Vermögen gegen Aktien der Maroden Bank eintauschen kann. Im Klartext heisst das Verstaatlichung. Die Schweiz hat kein Berlin-Gesetz. Welche Schweizer Bank ist zu empfehlen? Wie können Sie herausfinden, ob eine Bank sicher ist? Wie können Sie herausfinden, ob eine Bank im Internet überhaupt eine Bank ist? Internationale Betrüger geben sich im Internet als Schweizer Bank aus. Aufpassen! Überweisen Sie kein Geld auf ein Konto einer Offshore-Gesellschaft. Die haben es auf ihr Geld abgesehen. Eine falsche Überweisung und das Geld ist weg. In den Philippinen oder in Taiwan auf immer und ewig verschwunden. Jeden Tag bekomme ich E-Mails von Personen, die betrogen worden sind. Ein paar Klicks reichen meistens aus, um herauszufinden, ob die Bank reguliert und wirklich existiert und zugelassen ist. Oder ob es sich um eine Fake-Bank im Internet handelt. Schauen Sie auf der offiziellen Webseite der FINMA nach, ob die Bank zugelassen ist und ein zugelassenes Bankinstitut ist und auch auf der Liste aufgelistet ist. Dann wissen Sie es. Die Finanzmarktaufsicht FINMA ist das Bandant zur Bafin. Der Financial Watchdog. Dort können Sie kinderleicht prüfen, ob die Bank echt ist. Wenn Sie Informationen wie diese mögen, dann sollen Sie sich die neuen Videos nicht entgehen lassen. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und drücken Sie bitte jetzt auf den Subscribe-Button und läuten Sie die Glocke. Die besten Banken für meine Klienten, die Asset Protection suchen, sind nicht die grössten und nicht die kleinsten Banken. Meiden Sie Banken, die in riskanten Handel mit Derivativprodukten involviert sind. Bevorzugen Sie reine Privatbanken, die nur die Vermögensverwaltung als Hauptgeschäft betreiben. Meiden Sie Banken, die riskante Investmentbanking-Aktivitäten ausüben. Meiden Sie auch Banken, die riskante Kreditgeschäfte betreiben. Schauen Sie sich den Geschäftsbericht an. Wenn Sie die mit Kreditaktivitäten verbundenen Risiken messen möchten, können Sie das Risiko mit der Texas Ratio messen. Die Texas Ratio gibt Auskunft über Kreditprobleme der Bank. Am besten meiden Sie Banken, die das Kreditgeschäft anbieten. Einfach ganz. Besser ist, Sie kontenzieren sich auf Banken mit dem Core-Business Private Banking. Alle Schweizer Banken, die ich für meine Kunden empfehle und auch vorstelle, haben eine Kernkapitalquote von mindestens 20% oder auch mehr. Die Kernkapitalquote gibt Auskunft, in welchem Ausmass die Eigenmittel Risikopositionen abdecken. Die Kernkapitalquote ist die wichtigste Kennzahl in den Bilanzen der Banken. Es gibt vereinzelte Banken in der Schweiz, welche die Eigenkapitalquote nicht veröffentlichen. Das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Das Gesetz schreibt aber vor, dass Sie das Recht haben, die Bank aufzusuchen und Einsicht in die Bilanzen zu verlangen. Wenn Sie diese Informationen nützlich finden und Ihnen dieses Video gefällt, zeigen Sie es uns und klicken Sie jetzt auf den Like-Button. Wenn Sie Insider-Informationen wie diese mögen, dann sollten Sie unsere neuen Videos nicht verpassen. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, drücken Sie jetzt auf den Subscribe-Button und auf die Glocke. Jetzt sind Sie sicher, dass Sie kein Video mehr verpassen. Ich bin sehr vorsichtig geworden, wenn ich Namen von Banken im Internet erwähne. Meine Erfahrung zeigt, dass Schweizer Banken vehement reagieren können, wenn sie sich angegriffen fühlen. Welche Schweizer Bank ist zu empfehlen? Banken, die zu Ihnen passen, zeige ich Ihnen gerne am Tisch bei mir im Büro. Je nach Situation des Anlegers kann die Auswahl der Bank unterschiedlich ausfallen. Wer im internationalen Warenhandel tätig ist, eröffnet ein Konto bei der BNP Paribas in Genf. In der BNP Paribas in Genf arbeiten 200 Banker, die alles, was in Commodity Trading Rang und Hammen hat, bedienen. Für Trading-Kunden empfehlen wir Saxo Bank, Swissquote, Ducascopy Gap Bank oder Interactive Brokers. Wer sich über hohe Gebühren beklagt, ist beispielsweise bei Interactive Brokers bestens aufgehoben. Für Kunden aus der Golfregion, die maximale Diskretion suchen, empfehlen wir Banken, die ausserhalb der Schweiz keinen Sitz haben und wenig bekannt sind. Zudem haben wir Speziallösungen mit Golden Visa und dem Erwerb eines zweiten Passes für potenzielle Opfer von Financial Kidnapping. Wir finden für Sie eine maßgeschneiderte Bank, die genau auf Ihre Bedürfnisse und Erwartungen zugeschnitten ist. Schweizer Banken arbeiten gerne mit Profis, denen Sie vertrauen. Ich helfe Ihnen beim Aushandeln von Pauschalgebühren und Vorzugskonditionen. Wer nicht verhandelt, zahlt hohe Gebühren und bekommt Standardkonditionen. Wir kennen die Industri-Standards. Wir wissen, wie eine faire Preisgestaltung erzielt werden kann. Aufgrund meiner Einführung kann ich Ihnen garantieren, dass Sie 20 bis 30 Prozent an Bankgebühren einsparen werden. Um ein gut diversifiziertes Portfolio zu erreichen, welches die Risiken streut und mindert, sollte Ihr Mindestguthaben 500.000 Franken betragen. Mit einem niedrigen Betrag müssen Sie zwecks Diversifikation der Risiken teure Investmentfonds einkaufen, welche die Performance auffressen. Ab 500.000 Franken hingegen können Sie mit Direktinvestments in Aktien und Obligationen global diversifizieren und Risiken mindern. Um Interessenskonflikte mit der Bank von vornherein zu eliminieren, stelle ich Ihnen einen unabhängigen und best-in-class Vermögensverwalter vor. Ich gebe Ihnen ein paar Fakten und Zahlen. In der Schweiz hat es ca. 2.500 unabhängige Vermögensverwalter. Ich war früher vor meiner Anwaltstätigkeit Geschäftsführer des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter. Besser bekannt als Selbstregulierungsorganisation SRO-VSV. Ich kenne praktisch alle Vermögensverwalter in der Schweiz. Wir arbeiten nur mit den Besten der Besten, mit den best-in-class Vermögensverwalter, die Schritt für Schritt Ihr Vermögen vermehren. Unsere Best-in-class Vermögensverwalter haben bereits einen Track-Record. Sie haben bereits einen Package-Deal mit der Schweizer Bank abgeschlossen. Es sind bereits Vermögen von anderen Kunden bei der Bank platziert. Es sind bereits Forschungskonditionen mit der Bank ausgehandelt. Hier ein heisser Tipp. Handeln Sie einen Pauschal-Pricing aus. Handeln Sie alles inklusive Gebühren pro Jahr aus. So erreichen Sie attraktive und faire Bankgebühren. Vermeiden Sie transaktionsabhängige Gebührenmodelle. Sie erhalten alle drei Monate einen Bericht über Bank- und Vermögensverwalter. Wenn Steuergesetze oder Regulierungen sich ändern, können wir für Sie rechtzeitig eingreifen und intervenieren und vor allem reagieren. Als automatischer Informationsaustausch und Common Reporting Standards sich ankündigten, konnten wir vor dem Inkrafttreten schnell reagieren und gutscheinende Massnahmen treffen. Wir haben bedeutende Vermögenswerte für unsere Kunden in Sicherheit gebracht und gerettet durch rechtzeitiges Eingreifen. Überprüfen Sie meine Privatbankenliste auf meiner Webseite mit den wirklichen Kennzahlen aller 115 Privatbanken in der Schweiz. Achten Sie insbesondere auf die Kernkapitalquote. Der Fachausdruck in Englisch dafür ist Tier 1 Capital Ratio. Die Wahl der passenden Bank und eines Best-in-Class-Vermögensverwalters ist eine wichtige Entscheidung mit langfristigen Auswirkungen. Wir helfen Ihnen gerne dabei. Unsere Kunden sind von unserem Asset Protection Setup hell begeistert. Wir haben noch nie einen Kunden verloren. Sie werden den Seelenfrieden geniessen. Das Resultat ist, dass Sie endlich die Gewissheit haben, dass sich Ihr Geld in der Schweiz in sicheren Händen befindet. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.